Ich bin ein Killer. Das glaube ich nicht. Weil du der Lüge glaubst. Es ist eine Tarnung. Ich bin das gefährlichste Raubtier, das es gibt. Alles an mir wirkt einladend auf dich. Meine Stimme, mein Gesicht, selbst mein Geruch. Als ob ich das nötig hätte. Als ob du mir davonlaufen könntest. Als ob du dich wehren könntest. Ich wurde geschaffen, um zu töten. Ist mir egal. Ich habe schon Menschen getötet. Das spielt keine Rolle. Ich wollte dich töten. Noch nie habe ich das Blut eines Menschen so sehr begehrt. Ich vertraue dir. Tu es nicht. Ich bin hier. Ich vertraue dir. Unsere Familie unterscheidet sich von anderen unserer Art. Wir jagen nur Tiere. Wir haben gelernt, unseren Durst zu kontrollieren. Aber du und dein Durst, das ist wie eine Droge für mich. Wie meine ganz persönliche Droge. Wieso hast du mich anfangs so sehr gehasst? Das tat ich. Weil ich dich so sehr wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mich kontrollieren kann. Ich weiß, du kannst es. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Du musst mir sagen, was du denkst. Jetzt habe ich Angst. Gut. Ich habe keine Angst vor dir. Nur davor, dich zu verlieren, dass du plötzlich verschwindest. Nein? Nein? Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020